Willkommen hier zu einer neuen Folge von Minecraft, Skybox mal wieder am Start mit mir natürlich Und naja, heute dachte ich mir, komm schon, mach noch ein ganz kleines Video, in dem du deine Abonnenten darauf vorbereitest, dass du bald Facecam machen wirst Ja Lol, jetzt ist schon irgendwas in die Luft gegangen Ich hab neulich, ähm, ich hab schon neulich eine Runde gezockt, da war irgendwas mit Events, da die ganze Zeit Vulkan-Event Uh, das war schlimm, das war sooo schlimm Okay, ja, auf jeden Fall, ähm, ich hab schon gesagt, ich werd bald Facecam machen Oh, ich hab Rüstung an, okay Okay, ein Kill, jetzt reicht schon Zwei Kills, what? Cool Okay, dann sind's halt zwei Kills Auf jeden Fall, ähm, ich werde bald Facecam machen, wie ich jetzt schon gesagt habe Dazu gibt's jetzt noch mehr in der nächsten Zeit Zudem werde ich mit Vlogs anfangen Und da gibt's noch ein paar neue Änderungen, die ich hier grundlegend anfangen, äh, mit den grundlegend anfangen werde Ich denk mal, ich werd auch meinen Minecraft-Skin vielleicht ein bisschen umpixeln oder umpixeln lassen Ich weiß es noch nicht ganz Ähm, ansonsten ist es vielleicht schon umgepixelt und ich weiß es noch gar nicht Ähm, Block of Gold Uhuhu, 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 uhuhu Ich brauch Äpfel Ich kenn mir Äpfel Hast Du Äpfel Sonst gibt's in der Map jetzt gar keinen Äpfel Shit, in der Map gibt's keine Äpfel, keine Bäume Also wenn. Das könnte man sich wie OP-Ämpfe machen. Das ist ja nicht rausgepatcht. Oh, schade. Auf jeden Fall, ähm... Huh, fast runtergefallen. Okay. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch gefallen alle Änderungen, die ich machen werde. Zudem werde ich meinen Skin jetzt ein bisschen timischer machen. Nicht so, dass er... Ich will ihn halt nicht so aussehen lassen, wie Gomm ist. Oh, die kämpfen dort mit Lava. Das kann ich auch machen. Ich habe einen Firewissens-Tank. Äh, wo ist denn wer, ist denn wer? Hier. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, er hat auch Tank Er hat auch Tank und ich habe ihn Okay, mein Team ist schon angedamaged Ich sehe nichts, Dankeschön Oh, wie viel Lava ist hier einfach Hier am Start Ich hebe mir das Gold einfach nochmal auf Falls ich hier tatsächlich noch ein paar Äpfels finde Gold und Äpfel Nein, ich brauche einfach normale Äpfel Ich glaube bei dem Kid Pferd Zeug ist da, da sind Äpfel dabei, ich bin mir nicht ganz sicher Weil Pferde, ne, da sind Karotten dabei Wuh, shit Ähm Hä? Okay, auf jeden Fall, ich versuche wieder Daily zu streamen Ich konnte gestern nicht, weil Ich war die ganze Zeit nur damit beschäftigt, irgendwas Ressenten zu machen Und Ihr denkt mal, das ist wirklich schwierig Ich habe im Urlaub, ihr habt ja gemerkt Ich war im Urlaub, da habe ich Vlogs aufgenommen Und hier staub ich ab Okay Und diese Vlogs, die sind nochmal ziemlich anstrengend gewesen Die Sandnest zu machen Uuuuh, ich will das Equip Oh, schade Gut, zwei Kills Okay, die Runde wird wirklich was Das ist zwar eine gute Idee, Skybox zu spielen Ähm Und auf jeden Fall Ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben war Ähm, auf jeden Fall Ich sagte, dass ich Subnest, die Vlogs machen Mache Und Die Subnest, ich bin noch nicht ganz fertig Mir fehlen noch Ähm Ich habe sechs Vlogs gemacht Äh, fünf Vlogs gemacht Die heißen Hashtag sechs Ich habe, ich habe Hashtag sechs ist mein letzter Vlog Und ich habe fünf Vlogs gemacht Das heißt, ich glaube, ich hatte irgendwann nochmal einen Vlogs gemacht Ich habe bloß vergessen, wie er war Ach ja, ich hatte früher, ganz früher mal Als ich angefangen hatte mit YouTube Einen kleinen Vlogs gemacht Da hatte ich mich aber nicht gezeigt Ähm Ähm Vom Obermünster war das damals So, ja, keine Ahnung Ich finde ihn nicht so interessant Darum habe ich ihn runtergenommen Und Eigentlich so, wie es mit allem eigentlich ist Das muss ich jetzt dazu sagen Aber Komm schon Irgendwie Irgendwie wird es schon besser sein Und Das wird auch schon was Jetzt brauche ich bloß meinen Tracker da drüben liegen Klamodias Hier, da lagen Dias Vier Dias Oh, das rechne ich aus Okay Unbreaking Unbreaking Komm schon Nichts gut ist Schade Okay, da ist noch eine Kleinigkeit Essen da drüben Wo sind die? Habe ich einen Tracker? Ich habe Ich habe Koppers Jo, cool Komm schon, bleib stehen Hier muss ich einen Tracker Okay, die sind in der Mitte Der ist in der Mitte Der ist in der Mitte Oh, wow Oh Okay Mach ich nicht Mach ich nicht Mach ich nicht Mach ich nicht Oh Der spielt Der spielt richtig Mit Sachen Okay Wow Lol Okay, ich will wissen Wie viel kann ich Programm hat Es geht Okay Wie kann man so full sein? Okay, ich weiß es nicht Auf jeden Fall Man kann Man kann wie ich so oft sage Nicht alle Runden gewinnen Zeige ich eigentlich immer Wenn ich die Runde verliere Auf jeden Fall Dann macht es von der heutigen Folge Macht es dann gut Bis zum nächsten Bis zum nächsten Aufnahme Mit Facecam Oder bis zum nächsten Vlog Nach dem was ihr anschaut Macht es gut Bis zum nächsten Mal Und dann Ciao